Hallo, der Beobachter ist online. Ja, was, was? Dazu brauchst radikale Lösungen. Wirklich, das macht keinen Sinn. Vielen Dank. Ich hab keine Lust auf dieses Zerrede. Wie hast du den Faschho-Kanal noch mal? Beobachter live. Ja, was, was? Wir wollen kein oftes Gespräch. Sondern? Das ist eine reine Kommunikation. Vielen Dank. Ich hab keine Lust auf so eine Diskussion. Erstend ein Faschho-Kanal noch mal. Wie bitte? Erstend ein Faschho-Kanal noch mal. Beobachter live.